Chris, rette bitte die Ehre der Tiroler Burschen. Ja, also, ich muss sing eigentlich Proud Mary. Ja, Pistole. Nein, nein, wer bist du? Christian. Christian. So, jetzt passt's. Okay, passt's. Christian. Ja, schöne Inputation. Schön wäre es, wenn man dann in der Melodie bleiben würde. Ja. Ehrlich. Hast du dann vielleicht was anderes? Ja, ein Kumpel, vielleicht ein Moment hätte ich noch. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Schönste für mich bist. Dann sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Du gehst ganz eigene Wege, gell? Ja. Aber das wären nicht unsere Wege. Also, gemeinsamen Weg, wenn wir keinen gehen. Ja, schade. Ja, aber du bist ein guter Typ. Ja. Und geh deinen Weg weiter. Ja. Vielleicht kreizen sich unsere Wege wieder irgendwo an. Irgendwann, oder? Selbst jetzt gesangt zum Treffen. Ja. Wirklich. Danke. Danke, Herr. Tschüss. Ciao. Ciao.